Du bist zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, ZMP oder ZFA mit Prophylaxekenntnissen und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest dich eventuell jobmäßig etwas verändern? Dann sind wir die richtige Praxis für dich. Schau dir einmal unsere ausführlichen Internetseiten an. Unsere Praxis ist alles außergewöhnlich. Als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin hast du bei uns die Chance deinen eigenen Fachbereich selbstständig und eigenverantwortlich zu leiten. Du bist zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, die ihren Beruf liebt? Dann bist du sicherlich richtig bei uns. Prophylaxe ist nämlich für uns eine Herzensangelegenheit und für dich sollte sie es natürlich auch sein. Von der Kinderbehandlung bis hin zur Zahnauffährung beherrschst du als ZMP den individuellen Umgang mit den Patienten. Du arbeitest für dich in deinem Bereich serviceorientiert, aber auch eng mit unseren Ärzten zusammen, die immer offen für alle deine Fragen sind und dich auch weiterhin mit Tipps und Tricks für die weitere Zukunft begleiten werden. Wir bieten die Übernahme einer gut laufenden Prophylaxe-Sprechstunde mit einem eigenen, sympathischen Patientenstamm. Du passt super in unser Team, wenn du Leidenschaft für deinen Beruf hast, gerne mit Menschen umgehst, andere Menschen motivieren kannst und freundlich, kommunikativ und sympathischer von deiner Erscheinung bist. Selbstverständlich solltest du natürlich auch gute Teamfähigkeit und Umgangsform besitzen gegenüber Patienten, Mitarbeitern, den Chefs gegenüber ganz verständlich. Kommunikativ, sympathisch und freundlich sein, gerne mit Kindern umgehen, aber ich denke, das wirst du in deiner Zeit, die du schon tätig bist, perfektioniert haben. Nun zu deinem Stellenanforderungsprofil und zu deinen Aufgaben gehören folgende Bereiche, zum Beispiel die Individualprophylaxe bei Kindern von 1 bis 5, ist ja sicherlich ein Begriff, die Erwachsenenprophylaxe, Zahnerfüllung, Bleaching mit neuestem LED-System, das Materialmanagement, Erstellung von Röntgenbildern, Patienteninstruktion und Motivation. Was wir dir noch bieten können, sind interessante Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir übernehmen zum Beispiel kostentechnisch zahlreiche Weiterbildungen für dich. Als Chef und Chefin stehen wir für Feedback und Zielvereinbarungen in sinnvollen Zeitabständen immer für dich bereit und wir sind eine Hightechs-Praxis, die auch das menschliche Miteinander nicht verloren hat. Eine außergewöhnliche und entspannte Atmosphäre herrscht bei uns ein modernes Ambiente mit einer neu eingerichteten Prophylaxe-Lounge, ein liebenswertes, offenes Team, welches sich auch in schwierigen Situationen nicht im Stich lassen wird. Zahnmedizinische und zahntechnische Kompetenz mit hohen Anforderungen an Qualität und Patientenservice sind natürlich bei uns an erster Stelle. Einfache Einarbeitung neuer Mitarbeiter bei uns geschieht ist durch vorhandene Arbeitseinweisungen in schriftlicher und digitaler Form sowie als weiteres, als weiter Bonus, den wir bieten können, sind zum Beispiel angenehme Arbeitszeiten mittwochs und freitags ab 13 Uhr frei, übertarifliche Bezahlung plus Zusatzboni, faire Überstundenregelung. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine Bewerbung direkt zu. Du findest uns übrigens auch auf Facebook. Wir würden uns freuen, von dir zu hören und geben dir rechtzeitig bezüglich deiner eingegangenen Bewerbung Bescheid. Eure Zahnarztpraxis Dr. Schostak in Herne. Wir freuen uns auf dich.